Wenn für Sie ein Freund jemand ist, der für Sie sterben würde, dann haben Sie keine Freunde. Sie glauben vielleicht, dass es Dinge gibt, zu denen diese Leute nicht fähig wären. Gibt es nicht. Sie werden es nicht kommen sehen. Warst du ein böser Junge? Mit dir zusammen zu sein, ist das Wichtigste im Leben. Alles andere ist nebensächlich. Willst du? Ja, ich will. Ich habe vor, dich zu lieben, bis ich sterbe. Ich zuerst. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Geldprobleme sind eine ernste Sache. Ich bereite alles vor. 625 Kilo. Ungefähr 20 Millionen. Ich weiß, warum ich es mache. Sie auch? Ein schöner Ring. Willst du wissen, wie viel er wert ist? Ein Juradiplom ist eine Lizenz zum Stehlen, aber Sie haben nie Kapital draus geschlagen. Ich habe wirklich Angst, Liebling. Das wird alles gut. Wenn Sie den Weg weitergehen, den Sie gewählt haben, werden Sie irgendwann vor moralischen Entscheidungen stehen, die Sie vollkommen überraschen. Du solltest mit deinen Wünschen vorsichtig sein. Vielleicht erfüllen Sie sich nicht. Kanzler, wir haben ein Problem. Die Lieferung. Sie ist weg. Unsere Geschäftspartner haben angerufen. Denen fehlen 20 Millionen. Die denken, wir stecken da alle mit drin, oder? Nein, nur Sie, Kanzler. Sie. Die glauben nicht an Zufälle. Sie haben davon gehört, aber noch nie einen gesehen. Du kriegst Ärger. Wenn sich der Abgrund vor dir auftut, werde ich längst weg sein. Was soll ich jetzt tun? Wie schlimm ist es? Wir sind hier fertig. Es ist zu spät. Ich kann verschwinden. In einem Augenblick. Sie auch? Was uns jetzt erwartet, können wir uns nicht mal vorstellen. Sie sind die Welt, die Sie geschaffen haben. Und wenn Sie aufhören zu existieren, wird die Welt, die Sie geschaffen haben, auch aufhören zu existieren.